Hallo und guten Morgen aus Berlin. Es ist 10.38 Uhr am Donnerstag, dem 11. Juni. Es geht mir nicht besonders gut. Ich bin heute mit recht starken Kopfschmerzen aufgewacht, hatte auch schon einen kleinen Migräneanfall. Das merke ich immer darum, dass meine rechte Hand einschläft. Also sie fängt an zu kribbeln am kleinen Finger und wenn die ganze Hand dann entsprechend wie so ein eingeschlafenes Bein sich anfühlt, dann ist es meistens so weit, dass ich mich irgendwie hinlegen muss, um die Kopfschmerzen loszuwerden und meine Sprachschwierigkeiten oder meine Schwierigkeiten, irgendwelche Sätze zu bilden, loszuwerden. Aber mittlerweile geht es wieder. Ich werde jetzt auch gleich ins Büro gehen, denn ein bisschen was zu tun ist schon und jetzt den ganzen Tag dafür ausfallen lassen kann ich nicht oder möchte ich nicht. Dafür geht es mir nicht schlecht genug. Ich werde gleich mal raus an die frische Luft, an die frische Stadtluft, mit dem Fahrrad ins Büro fahren und dann mal gucken, wie es mir dann geht. Die Augenränder sind halt extrem und wie gesagt, der Kopf fühlt sich auch ein bisschen seltsam an. Ich habe jetzt gerade eine Tablette eingeworfen, damit die Kopfschmerzen ein bisschen zurücktreten und dann hoffe ich mal, dass das heute im Laufe des Tages komplett vergeht. Also heute Abend möchte ich ja gerne ins Kino, in die Sneak Preview und damit Kopfschmerzen hingehen. Das würde ich mir dann im Zweifelsfall sparen, aber wie gesagt, momentan geht es einigermaßen gut. Ja, gestern Abend, was habe ich noch gemacht? Ich habe gespielt mit Jermaine, ja, Elder Scrolls Online bis um 11, glaube ich. Dann habe ich noch Serien geguckt, bin auch erst um halb zwei ins Bett gegangen und war heute trotzdem irgendwie um halb acht schon wieder wach, habe mich dann nochmal rumgedreht und ich glaube, das war der Fehler, dass es mir dann, ja, nach zwei Stunden später wieder nicht so gut ging. Keine Ahnung, wie gesagt, das Kribbeln in der Hand ist weg, die Kopfschmerzen ziehen sich langsam zurück, von daher werde ich den Tag schon überstehen, glaube ich. Vielleicht ist es auch das Hin und Her des Wetters, mal kalt, mal warm, mal kalt, mal warm. Heute soll es wieder 25, 26 Grad werden und am Wochenende dann irgendwie 30 und am Montag wieder 18 und das ist halt für meinen Kopf etwas anstrengend. Naja, gut, ich melde mich morgen wieder bei euch, ich wünsche euch einen schönen Donnerstag und drückt mir mal die Daumen, dass heute Abend in der Sneak Preview nicht unbedingt ein Horrorfilm kommt. Also, bis dann, ciao!